So, wir haben eben ein kleines Brettspiel, ähnlich manch eigentlich richtig, nicht gespielt und wir haben Männern-Weiblein-Teams gemacht. Das Team-Weiblein war meine Freundin und ihre Schwester und die haben leider verloren. Jetzt muss die Schwester einen Wetteinsatz einlösen. Sie wollte sich jetzt nicht so zeigen, deswegen hat sie sich verkleidet. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlimmer ist oder nicht schlimm, aber gut, viel Spaß dabei. Maestro, du darfst. Lauter, ein bisschen, ja. Also das Fräuchkostüm steht hier sehr gut. Ja. Decision. Session Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020